Es geht um, noch ganz kurz, es geht um das nächste Lied, das werden Sie nicht kennen, es ist eine neue Nummer. Es geht darum, es geht um die einzige Beschäftigung, wo ein Mann anderen Lebewesen nichts tun kann. Die schönste Beschäftigung wahrscheinlich, wo man einfach mit sich alleine ist und das vielleicht viel öfter machen sollte, es trägt den wunderschönen Titel, das Handmännchen. Bist du verkrampft und ganz allein, hilft nur der unfaire Kampf, fünf gegen ein, dir fehlt eine Frau, du bist am Sand, nimm dein Glück selbst in die Hand. Du sitzt daheim und wirst immer spitzer, du hast zwar keinen Grund, doch bist jetzt Kampfhandlisitza. Na, gib mir rauf und stödi und porn, bis zum Ermüdungsbruch im Unterohrn. Früher hielten wir zwei noch am Strandhändchen, doch heute kommt vom Schlafen geht. Nur das Handmännchen und das ist Dankbarkeit für Handarbeit, die jedem Mann in jedem Land vereint. Die Handarbeit, die ganz verleiht, egal wie lang, wie kurz, wie dünnet, wie breit. Dein Mama fleht, bitte, bitte, sie will ein Enkel, ja, nix sei, die geht, wie bald, große Schnellsenkel. Da musst du skandieren, bis es kapiert, was auch dort steht, du, Carlo, Großkirch. Die Handarbeit, die ganz verleiht, egal wie lang, wie kurz, wie dünn, wie breit. Die Handarbeit, die landesweit, auf schlichte Mann und Bundeskanzler ein. Die Dankbarkeit für Handarbeit, die jeden Mann vom Krat befreit. A Traumvolle ist noch drin. Oh, na, 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 na Oh, nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana, hey! Thomas Spitzer! Das wird super!